ich war das eigentlich nur auf die anladung wenn die dann irgendwann kommen ja ich bin ja gerade dabei wieder in keller zu gehen ich muss erst mal wieder zurückfahren vom casino also alles gut ich auch kein vorwurf so ich kann euch ja einladen aber machen vom letzten raubüberfall allein ich lade euch mal aus ich werde ich mal zu nur 1 für den fall das ich hoffe dass das jetzt auch so nur so ein einmaliger spielfehler war und dass das jetzt nicht wiederkommt so ich habe euch glaube ich eine einladung geschickt ja mission die lobby einladung hinterher ja die lobby einladung kam von mir ich habe ignorieren weil es das geld ist wenn du dann in den laden mit schirm gehst und trotzdem noch ein anruf krieg sind auch schon auf den ladebildschirm so auf geht's aber bin wir warten nur noch auf die frau ja die ist gerade wieder raus geflogen aber ich hoffe dass wir zum 1 kann ich habe gerade bildschirm bei euch fehlt übrigens auch der clantec ist euch das schon aufgefallen bei dir fehlt der clantec bei euch bei mir hat nur baby crz 5 eigentlich sieht das gerade bei mir nämlich so aus dass markus der einzige ist der keine hat alle anderen haben so auf jeden fall termin habe ich dich als noch nicht komm es komm es sage ich habe ich dich gemacht war das gut dann müssen wir noch ein logo erstellen dann haben wir das alles kann ich das nicht überspringen jetzt ja kannst du sorry das ist beim letzten mal sehen aber ich hätte jetzt laufen lassen wegen der folge aber egal ja machen wir gleiche gleiche einsatz dinge wieder würde ich sagen genau dann tue ich aber diesmal auch nicht die zusatz dinge kaufen wenn es wieder abbricht habe ich das geld bezahlt und kriegs nicht wieder und ich hoffe dass das jetzt so ein einmaliges ding mal so ich habe alles eingestellt müsste noch bereit drücken müsst euch noch breit machen ich bin breit jetzt geht es wieder los warte mal ja das verliebt war meins ja also ich mache lachen so ich glaube ein nomade ja wir können kann man das was das war einfach was das passt mein männercharakter mein frauencharakter ja die moske passt es einfach wo ich da reingezogen ja dann auch es muss ja einer lustig sein ne das ich sehe ich die schuhe ich sehe taschen ja schuhe taschen das ist aber wie gesagt das lebt leute ihr könnt mal eure schuhe putzen wenn wir schon zu einer mission gehen kannst du kannst du die schuhe sauber lecken schuhe 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 ok los geht's leicester sein auto alle man rein ist nicht leicester sein auto leicester fährt was anderes na 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 Kinder gehen nach hinten jetzt sitzt ich jetzt am fahrer in der ego-perspektive Die Maske Ich mache irgendwo bestämen und dreh mich um Da sitzt du in der Maske mit Weinen Ich bin nicht aus dem Fahrt Sag dir doch ein, du wirst doch lustig sein So, dann hoffen wir mal, dass das diesmal klappt Ah scheiße, diesmal hat keiner gegen die Wand So, sind nicht alle drin? Das waren wir ja eben auch, aber da ist geladen Ist abgekackt Ich bin schlecht vor diesem Ladebildschirm schon So ein schönes Schwarz Ich habe meinen Freund die Ladeschnecke So, auf geht's Alle drin? Ja, diesmal funktioniert scheinbar auch Ich glaube, ich war nicht rein, weil das nicht mehr kriegt Okay Immer wieder Ich muss mal gleich rausziehen Ja, mein Gott Ja, warum stehst du doch da mitten da vorne, wo die ganzen Gegner sind? Ich bin zufällig dreingelaufen Vergib dich in den Keller Ehrlich? Keiner traut sich da wirklich rein Links von dir, Kev Ich war jetzt hinter der Tür Ich bin zufällig scheiße Ich muss mal gerade rausgehen Hinter dir Astro Warum bist du überhaupt da drin? Komm doch hierher Mit Deckung ist Wenn wir uns gleich da durch müssen Ja, das weiß ich auch Lass dir erstmal alle Gegner wegballern Wollt sagen, lass mal nach Wir haben wirklich keine Teamleben mehr, Leute Da ist kugelsichere Scheibe Da könnt ihr nicht zu schießen Oh Gott Der Irre kommt So, dahinter schon mal Ruhe Schlüsselkarte benutzen Zack So Scheiben wir jetzt hier noch ein bisschen Action Scheiben wir jetzt hier noch ein bisschen Ruhe Scheiße Hier ist einer Hier hinter ist noch ein Das ist doch nur der nette Kiff ihr könnt weiter ich könnte da stehen sage ich doch dass ein heulich hier schon den habe ich gesehen steht gleich noch einer der steht hier im treppenhaus leute wie wärs denn wenn wir den aufzug nutzen alles gut ich arbeite mich nur gerade ein bisschen durch wir sagen gerade die benutzen aufzug so ich nehme die treppe ja alles gut ich arbeite mich ich arbeite mich hier durch wir gibt dich in den keller ich gehe runter zu fuß alles gut ich mache die treppen hier frei gerade die aufzucht ok wir nehmen den aufzug macht den aufzug ich habe diese steuerung manchmal meine fresse du willst in deckung gehen wo geht der entdeckung mitten im gang legt er sich an die wand geil das kämpft ja schon klar leider lebt doch jetzt nicht mehr hier kommt auch ein aus dem gang pass auf was auch da ist noch einer um die ecke tot das nächste mal vielleicht nicht direkt durch meinen schuss fährt kev ist eine super idee ist ja auch also dass man sie ja gut so alle haben wir nicht im treppenhaus ist einer noch zumindest dass ich da hätte ich noch einer zwei mann bitte gleichzeitig warte baby bist du bereit ja hab ich bin bereit 321 warte noch mal warte 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 wieder nicht doch oder jetzt hat es geklappt so ein bisschen regeneriert dann sieht man nicht wirklich hier durch was läuft ja nicht auf Zeit nach einer lustpanzerung oder so aufzufüllen wo denn im inventar doch was eigentlich Q3 bin ich ja ich habe keine mit also kann ich auch keine auf der patroos aufgefüllt ich mache schon ihr wisst dass da drinnen nach einer zeit ein gas austritt ja wo ist denn das zum ja wo ist so jetzt ganz so viel schnappen wie geht in der zeit wir haben eine minute zehn noch so die frage ist geht die zeit wieder zurück wenn wir da kurz raus gehen aus dem raum oder okay 14 sekunden des gas austritt nimmt noch so viel mit wir können 20 herrkopf ich bin damit raus 50 leute die steuerung alter so ich bin draußen schneller schneller geht zu den tasten feldes geliebt werden vor mach doch mal hier was bist du so weit er hat bereits wo eins so muss einer noch regenerieren nein jetzt wird es interessant vor allem haben wir keine team leben denkt dran wenn die auf uns schießen verlieren wir auch geld das ist wie beim klacken die direkt ein weg jetzt nur die frage in welche richtung ist die abfallentsorgung ist ja das wir nehmen wieder den aufzug keine steht im links aufmachen abfallentsorgung ist darum wo wir wir reingegangen sind noch mal bitte zu wieder auf das schöne dass ich dachte es ist in alle drin was 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 weil die steuerung mich weg gehakt hat wir dürfen uns nicht gegenseitig in der schusslinie stehen nicht schlecht wir schießen uns nämlich gerade selber das geld weg wollte ich nur mal gesagt haben aber wir müssen die richtung ja aber ich habe ja nur den rücken frei gehalten bis alle oben sind und nicht eine ecke steht einer ich kann ja nicht schießen auf dem sicheres da ist zwar ein gelber punkt aber ich weiß halt nicht nicht mir jetzt geradeaus hier oder muss man rechts lang also das ist zum kotzen ist das ich gehe davon aus dass wir hier durch müssen dadurch genau da hinten hin da hinten ist die woher steht ja davon ist der punkt ist der zielpunkt also jetzt man steigen und dann ja wo ich jetzt bin und dann geht weiter hier rein hier wo ich bin oder wo wir sind das war nämlich nicht der richtige weg jetzt gehen wir durch den haupteingang raus das war falsch jetzt hier hier ist jetzt ein bisschen ruhe ja aber als der falsche ausgang jetzt war ein gelber punkt dort ok für sie vorsicht da steht einer um die ecke habt ihr gesehen der lebt doch scheiße ich muss mich wieder raus ziehen wegen energie er ist tot so ok das war dann einer der möglichen hauptausgänge kann man die karriere klauen nein kann man nicht klauen so jetzt müssen wir nur noch die dings erreichen die fluchtautos auch von der beute bleibt eh nicht viel übrig ja wir haben noch und dann wird nur noch tausend oder so ich habe jetzt gerade nicht auf den startes geguckt die fahrer millionen zwanzig tausend knapp verloren ja gut es sind trotzdem nur noch 20.000 für die 200.000 für die oder 50.000 wie auch immer ja und das ist der grund warum ich eben nicht durch den hauptausgang raus wollte ja entschuldigung das war mein fehler ich habe nur den ausgang gesehen sind das ja unsere fluchtfahrzeug weil es nicht nee nee das sind polizei die sind auch angezeigt aber die katze glaube ich nicht weiß ob du die nehmen kannst die sind hinter dem gebäude ich weiß die sind auch auf der anderen seite von der autobahn kommt ihr ja bevor die ganze beuse weg ist ja ich bleibe ich ja schon das macht es gerade nicht viel einfach achtung schrauber hinter uns ich blinge nicht so lahm an weil du die tasche trägst du kannst nicht rennen mit den taschen los baby steig hier ein da ist noch ein pink das pinke das pinke das ist das andere auto scheiße egal so gut so gut Ja, das war's. Alter, diese Scheiße! Das ist ein PC, ich könnte ausrasten. Ja, sage ich mal. Ich bleibe hier gedubt. Mann! Ich hoffe, ihr kommt da hinten gut zurecht. Ja. Sorry. Ich bin vollgemäß so unerauffällig. Wir müssen übrigens die Kopf noch loswerden, ne? Ja. Das ist so zu bestehen. Das wäre lustig, ja. Hm. Alter, dieses Gedreh immer von den Autos. Das geht mir auch okay. So, ich bleibe jetzt hier erstmal stehen. Ich hoffe, dass das klappt, bevor der Heli hier ist. Oh, kommt irgendwo einer. Scherz. Ja, deswegen, das ist ja das, was ich vorhin meinte mit, äh, es ist übertrieben und es sollte halt den Spielern Spaß machen und nicht der Konsole. Hm. Ich meine, nichts gegen Herausforderungen. Das ist ja okay. Es soll ja auch schwierig sein, aber es sollte machbar sein. Das ist es. Nicht, dass man immer diese Subbahn reinfahren muss oder diese Kandidation, ne? Wir warten nackt, Kevin, ne? Ja, ja. Alles gut. Flüchtling. Auszeichnung. Das Flüchtlinge. Also jetzt nicht wirklich. Vor allem finde ich auch, dass das viel zu lange dauert, bis das weg geht, ja. Das ist. Ja gut, du hast immer noch 5 Sterne. Du hast immer noch 5 Sterne, ne? Die sind extrem, gerade was ich suche, äh, was hier suche. Zwei Sterne geht schneller. Ja. Komm schon, geh weg jetzt. Jetzt. Ich bin so los. Ja, wir nicht. Fahr weiter vor. Na ja, schon vor. Wir sind noch im Suchmodus. Ih, vibriert. Yvonne, wir sind zu los. Wir sind zu los. Wir sind zu los. Du musst mir doch nur was klicken. Das Gute ist. Das Gute ist. Also ich habe mich direkt neben dem, ich habe mich direkt neben dem Käuferplatz versteckt. Ja, ist doch gut. Ja, wir haben noch 1,8 Kilometer. So, also ich bin da. Okay, wir kommen jetzt. Wir kommen ja auch schon. Moment. Wird sich zwar nicht, nicht gut auszahlen für uns, aber na ja. Ja, gut. Aber A sind wir da lebend rausgekommen, also einer als Kat gestorben. Aber wir haben es eigentlich relativ gut durchgezogen, muss man sagen. Aber eh, wie machen wir, ne? Nach nach zwei, den Weihnachtsmann zusammen, ne? Wie gesagt, wenn ihr es hier mal wollt, bei mir ist der auch steht. Ganz offen. Und noch die Hauptmission, um noch mal zu üben. Was denn? Die Hauptmission zum Üben steht bei mir auch offen. Was können wir das beim nächsten Mal machen? Wir haben es ja jetzt einmal in der Aufnahme drin. Wir haben ja den Komettenraubüberfall jetzt drin. Das ist erstmal das Gute, das Wichtigste. Dass er es nicht zehnmal neu machen muss. Gutes einmal, weil halt das Spiel abgekackt ist, ne? Ja, aber man kann es ja dann übeln. Ja, alles gut. Es hat ja auch Spaß gemacht. Also man muss es ja so sehen. Ich bin da. 833.000, naja, ein bisschen haben wir mitgenommen. Die Masken. Ruppenfall in B, ich stand in. Na, schade. Ich hab Platin. Ja, Platin. Sie haben Platin. 200.000. Tatsächliche Beute haben wir für... Ach, keine halbe Million. Ja gut, besser als nix, ne? 20%, 150.000. Okay. Abgeschlossen unter 15 Minuten. Wir haben 25 Minuten gebraucht. Niemand wird erledigt. Danke, Thomas. Hä? Du bist der einzige, der gestorben ist. Weil du ja noch in dem Forum da alle gewartet hast. Ach, alles gut. Was passiert? Level 267, hä? Oder hab ich das Level gekriegt noch gerade? Ja, jetzt erstmal schon jetzt... der Läster der seufzt sich erstmal... Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Du kommst auf die Seite. Und... Schau mal her. Wir haben es geschafft. Wir haben es ausgesucht. Ja. Die Diamond war unbreakable. Und wir haben es. Hier. Mach das. Es ist muy bueno. Du hast ihn für mich? Ja. Ich dachte, du gehst zurück. Ich habe. Aber ich bin jetzt hier. Ich wollte mich nicht missen. Nichts mehr als ein Fähigkeiten. Ich habe die Bedeutung. Duggan, die Behandlung hat bereits doppelt. Und wir werden immer zweifeln. Und wir werden sich doppelt wenn wir hier wiederlegen. Du, das ist eigentlich möglich? Wir können es nicht gleich so gut herausfinden. Wir können es nicht die gleiche Weise herausfinden. Wir werden es erwarten, aber... Wir kommen nach es von einer neuen Richtung. Du bist sehr unbefähig. Herr Krest. Und hier war ich. Ich dachte, dass ich mich behalten. Ich hatte nichts mehr dazu zu geben. Oh Gott, herzhaft? Oh. Siehst du, selbst der gute Letzter, der kriegt noch mal irgendwas ab. Fehlt eigentlich nur eine Explosion im Hintergrund. Das Casino geht aber hoch. Herangehen, zwei Sagen. Ah, okay. Na gut, du hast ja 100.000 noch gewinnen, mehr gemacht als wir. Aber ist okay, wie gesagt, du hast ja auch ein bisschen was vorgestreckt. Du bist vor allem gut, Kev, ja. Das sagst du zu mir. Ich kriege ja die Kosten so gut. Ich habe irgendwie so einen roten Fleck, aber das ist so gut. Du hast gesagt, ich kriege die Kosten so gut wie da rein. Ja, ich habe eine Million noch was für das Spielhalle bezahlt. Ich kriege 200.000 Beute. Läuft. Ey, lass mir mein Kopf Geld. Danke. Sei froh, dass ich dich wieder schießen kann. Wie soll ich jetzt wegkommen? Hier, komm, wo willst du denn hin? In ein anderes Spiel. Wir machen jetzt Schluss, oder nicht? Wir machen jetzt Schluss. Ich wollte in mein Appartement. Das Auto war eigentlich nicht absichtlich. Ich wollte eigentlich nicht mit 3000 da noch holen. Ja, wir machen jetzt zwei Abendrücker sagen. Ja, siehst du. Und jetzt kann ich wieder mein Auto anfordern. Ja, das kannst du dann anders auch dran fordern, ja. Ich zahl's ja sowieso. Ja, dann habe ich ganz. Das war keine Absicht. Geh die Hecke. Entschuldigung. Ja gut, dann machen wir trotzdem mal die Feierabend. Dann machen wir das. Beim nächsten Mal machen wir dann wieder ein bisschen Missionen, würde ich sagen. Mhm.